RIDE REVIEW Mahlzeit, herzlich willkommen beim RIDE REVIEW Video Magazin und dem Baustellenupdate zu Taron im Phantasialand Ich blende euch jetzt gleich hier im Anschluss ein paar Fotos ein die Uschi letzten Sonntag gemacht hat das war der 7.6.2015 von der Baustelle von Taron bzw. Klugheim im Phantasialand in Brühl nur der Vollständigkeit halber, weil wenn wir selber schon mal so ein paar Fotos machen dann kann ich euch die natürlich auch gerne hier präsentieren und zeigen da sind ja mal alle scharf drauf da das Ganze aber etwas zu wenig wäre, um damit jetzt ein ganzes Video zu füllen meiner Meinung nach, hänge ich euch am Ende noch eine kleine Besonderheit ein kleines Special dran, was auch wieder zu wenig ist um es so hochzuladen aber ich finde, das möchte ich euch nicht vorenthalten da gehen erstmal ganz, ganz, ganz liebe, große, liebe, super, duper Grüße raus an Modellbau, Bahn, äh Modellbau, Bahn, Modellbau Pit Yup ist auch verlinkt bei mir, der Kanal der mir einiges, also wirklich sehr viele DVDs zugeschickt hat mit alten Videoaufnahmen vom Phantasialand und auch vom Moviepark, beziehungsweise Warner Bros. Movie World und ich habe jetzt, komm schon mal zum Punkt, ähm Baustellenaufnahmen, weil es geht ja um ein Baustellenupdate Baustellenaufnahmen von Ruistown beziehungsweise der Halle der beiden Vinyas-Bahnen mit dem Titel, 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 Tri ja, viel Spaß mit den Aufnahmen, teilt das Video am besten, damit es einige sehen oder Promoted ist, dass auch diese Aufnahmen da drin sind keine Ahnung, ist ja auch egal ansonsten abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen das war's von mir, euer Bro für's Ride Video Video Magazin wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder, ihr seid die coolsten und ich bin raus, böse und ich bin raus, bis jetzt zu Das ist so ein Erdbebenmach. Ja toll. Ich wurde hier mit eingebaut. Ja, Mann. So hell. Boah, schon sicken wie ein Tier. Da oben. Da oben. Da oben.